servus hallo und herzlich willkommen bei unserem pc tech check zu watchdogs 2 ja an dieser stelle gleich mal ein sorry dass das video etwas länger gedauert hat ich weiß watchdogs 2 für den pc ist auch schon ein paar tage draußen aber wir haben es leider zeitlich nicht früher geschafft dafür jetzt eben ein ausführliches video zur technik von watchdogs 2 am pc ihr wisst es ja die pc version ist zwei wochen später erschienen als die konsolenversion hintergrund war dass man noch verschiedene verbesserungen implementiert hat bei uns auf der seite könnt ihr das noch mal nachlesen er zum beispiel eine fk unterstützung rücken lag frame rate optimierung es gibt keine fps cap crossfire support wurde eingebaut und so weiter und so fort auch der multi monitor support also wirklich eine schöne geschichte bevor wir unser spiel genauer anschauen gehen wir mal auf die hardware anforderungen ein die minimalen voraussetzungen sind beim betriebssystem windows 7 windows 8.1 beziehungsweise windows 10 natürlich immer nur in der 64 bit version beim prozessor brauchen wir hier ein intel core e5 2400s mit 2,5 gigahertz beziehungsweise ein amd fx 61 20 mit 3,5 gigahertz arbeitsspeicher 6 gigabyte eben mittlerweile schon standard bei den meisten gaming pc ist grafikkarten mäßig eine nvidia geforce gtx 660 mit zwei gigabyte grafik speicher beziehungsweise eine amd radio und hd 78 70 mit ebenfalls zwei gigabyte grafik speicher und festplattenspeicher brauchen wir 50 gigabyte bei den eingabegeräten maus und tastatur wer es ein bisschen komfortabler möchte greift zum xbox one controller oder zum dualshock 4 controller ist natürlich geschmackssache ich muss ehrlich sagen die steuerung mit maus und tastatur funktioniert auch sehr gut lediglich ja die schwammige ja steuerung der fahrzeug ist nicht ganz optimal aber da ist es völlig egal ob ihr gamepad habt oder tastatur die steuerung der fahrzeuge ist einfach schwammig ja die empfohlenen system voraussetzung die ist für mich schon etwas wo ich sagen muss ja das trifft eher weil auf die minimalen voraussetzung da wird man maximal bei 720p zocken ja also nicht mal bei full hd auch die ganzen details wird man auf minimum stellen müssen die empfohlenen da ist man dann schon bei 1080p und maximalen details und da sagt der publisher prozessor mäßigen intel core i5 34 70 mit 3,2 gigahertz beziehungsweise ein amd fx 81 20 mit 3,9 gigahertz arbeitsspeichermäßig brauchen wir acht gigabyte und bei den grafikkarten da gibt es gleich werden gleich drei nvidia karten empfohlen eine gtx 780 oder eine gtx 970 beziehungsweise in den neuen 1060er ich würde tendenziell tatsächlich zur neuen 70er greifen einfach deswegen weil sie einfach auch mehr grafik speicher bietet auch wenn nur 3,5 gigabyte schnell angebunden sind ich erkläre ich das dann nachher noch mal im spiel selber warum ich zu einer grafik halte mit etwas mehr grafik speicher greifen würde und auf der seite von amd da wird uns empfohlen amd radeon r 9 290 mit 4 gigabyte grafik speicher weiterhin festplatten speicher unterstützung hier 50 gigabyte brauchen wir so gehen wir mal in das spiel rein so klicken wir mal hier fortfahren so hier sind wir direkt im spiel vom spiel selber werde ich euch jetzt nicht viel zeigen es gibt ja schon bei uns auf der seite einen ausführlichen testbericht zum spiel selber das gameplay da hat sich nicht viel verändert deswegen wie gesagt jetzt einfach nur mal die technik ich habe mich auch hier platziert weil hier einige bäume sind ja weil gerade das thema kanten klettung ist ein ganz großer punkt aber bevor ich auf den zu sprechen kommen gehen wir mal in die grafikoption rein was gibt es denn alles also was ganz wichtig ist bevor ihr das spiel installiert oder während der installation wenn ihr das spiel herunterlädt werdet ihr gefragt ob ihr das hd texturen paket auch installieren möchte das hat ungefähr glaube ich noch mal so vier fünf gigabyte frist oder sogar ein bisschen mehr wenn ihr das herunterlädt der hintergrund ist der ihr habt dann eben die möglichkeit dass er dann auch auf diese hd texturen zurückgreift wenn ihr die aber verwenden wollt dann solltet ihr zumindest eine grafikkarte mit sechs gigabyte grafikspeicher haben ja vier gigabyte ist einfach zu wenig das braucht das spiel schon fast standard wenn ihr dann eben noch diese hd texturen aktiviert sollte sechs gigabyte sehen ihr seht es bei meiner 10 80er da werden schon 5,4 gigabyte ausgelastet ja wobei das jetzt nicht punktgenau ist also gerade während des spiels steigt der grafikspeicherverbrauch noch mal ordentlich an wenn sich mehr am bild so ein gigabyte auf jeden fall da sein was für einstellungsmöglichkeiten habe ich hier die verschiedenen fenstermode vollbild fenstermodus kann ich spielen randloses fenster und dann habe ich auch eben noch diesen multimonitor support auch eine sehr coole geschichte ich kann natürlich die auflösung verändern geht hoch bis 4k wird nativ unterstützt von den spiel ich kann den wiederholungsrat des monitors einstellen v-syns kann ich aktivieren deaktivieren beziehungsweise zwischen aktivieren deaktivieren man kann nämlich einstellen ob man das normale v-syns möchte also wird die bildfrequenz des spiels entspricht der bildwiederholrate des monitors heißt also habe ich jetzt 144 herz monitor oder 60 herz monitor dann wird entsprechend die frame rate dort gekappt also bei 144 oder bei 60 und dann gibt es gering da wird die bildfrequenz des spiels entspricht die hälfte der bildwiederholrate des monitors ja das kennt man ja manchmal so dieses double v-syns system v-sync tschuldigung da ist dann eben wie gesagt wenn ihr dann habt 60 herz monitor habt ihr dann halt nur 30 fps also einfach deaktivieren das sichtfeld lässt sich anpassen von 70 grad was standard sind bis eben 110 ich habe 90 ausgewählt das ist sehr angenehm und dann kann ich auch noch mal die pixelticht ändern das heißt ich kann so ein bisschen das bild das bild also ich kann quasi interpolieren eine höhere auflösung rausholen hier natürlich der hinweis bleibt bitte bei 1.00 ja könnt natürlich ein bisschen auflösung verringern wenn ihr wollt aber da würde ich auf 1.00 lassen ja das halt wirklich eben die auflösung auch mit dem passt was ihr beim monitor habt gut dann haben wir hier noch diverse qualitätseinstellungen hier ist ganz wichtig es gibt mal auf der einen seite die die grafik presets die man auswählen kann fangen an bei low medium high ultra bei ultra gleich vorweg die info ultra heißt jetzt nicht dass alle einstellungen schon auf ultra sind sondern ihr könnt tatsächlich bei hand noch einmal mehr aus dem spiel heraus so grafisch gesehen ja werde ich euch jetzt ein bisschen was zeigen also geometrie ultra klar logisch kann ich auch hier alles schön einstellen dann habe ich hier eben die zusatz details das ist schon das erste interessante feature ich kann nämlich hier dass das beeinflusst nämlich zum einen die weitsicht und auch was in der weite für details dargestellt werden also das heißt jetzt nicht dass das jetzt auf dem bildschirm wenn ihr in der nähe seid tausend neue sachen dargestellt werden so krass ist es nicht es kommt ein bisschen was dazu wichtiger ist hier das ist so ein bisschen die weitsicht ja also das heißt wenn ihr den regler hier wirklich auf 100 prozent prügelt dann habt ihr eine höhere weitsicht seht dann eben auch die details schon aus der ferne etwas besser das ganze kostet ungefähr 25 prozent performance ja also sprich von 0 bis 100 im wenn ihr auf 100 geht verliert ungefähr 25 20 25 prozent performance müsst euch also gut überlegen ob ihr das wollt als pc user wenn man die performance hat sollte man natürlich auf die 100 prozent gehen klar gelände vegetation kann ich einstellen dann sind wir hier bei dieser textur auflösung wenn ich das hd-paket nicht habe dann habe ich hier kann ich hier nur bis hoch gehen wenn ich aber eben dieses hd textur paket installiert habe dann kann ich hier die ultra texturen auswählen wird eben die textur qualität noch mal erhöht kostet aber auch ordentlich grafik speicher sieht man hier ist es schön ja also hoch sind es nur noch 4,3 gigabyte bei meiner aktuellen einstellung bei ultra sind es schon 5,3 also fast ein gigabyte mehr was ich dann grafik speicher braucht dann gibt es die texturen filterung und jetzt kommen wir zu den schatten die schatten da gibt es auch verschiedene einstellungsmöglichkeiten ultra ist eben wenn ihr auf ultra die presets auswählt es gibt aber noch zwei weitere einstellungen nämlich hier pc ss beziehungsweise hfts zur erklärung pc ss das kann von nvidia und grafik und amd grafikkarten genutzt werden diese technologie das heißt da werden die schatten wurf wird noch mal schärfer dargestellt der unterschied zwischen ultra und pc ss ist nicht gewaltig kostet jetzt auch nicht massiv mehr performance ja klar ist es braucht mehr performance es ist aber nicht extrem aus meiner persönlichen sicht muss ich sagen man muss wirklich schon sehr genau bei den schatten hin sind dass man da die unterschiede merkt ja also im prinzip reicht die einstellung ultra absolut aus auch ich habe sie so eingestellt dass der pc ss ist es definitiv nicht ein must have es gibt aber dann jetzt eine exklusive nvidia technologie die heißt hfts die gab es auch schon in der division da wird eben da werden die schatten noch genauer dargestellt also noch mal knackiger und das kostet aber dann richtig performance also hfts das kann man auch nur aktivieren wenn man eine video grafikkarte hat und kostet wahnsinnig viel performance also finger weg von dem ding weil wie gesagt der unterschied zwischen ultra und diesen spezial schatten einstellungen der ist nicht wirklich groß das merkt ihr gar nicht während des spiels deswegen reicht es hier definitiv auf ultra zu bleiben genau so das thema mit den scheinwerfer schatten da könnt ihr einstellen bei wie vielen autos soll das dargestellt werden bei vier bei drei zwei oder nur bei einem eigenen auto ist eigentlich fast egal was ihr da einstellt kostet es nicht massiv mehr performance ich habe es halt hier auf auf vier eingestellt dann gibt es hier noch so verschiedene einstellungen hier wie das was dargestellt werden soll die reflektionen hier hat man auch oft nur die auswahl zwischen hoch und niedrig also nicht wirklich viel ihr könnt auch was was ich ganz nett finde aktivieren ob ihr nebel möchtet ja oder nein ja das ist verbraucht ein kleines bisschen mehr grafik speicher ich finde es halt sehr atmosphärisch weil der nebel gehört einfach zu san francisco dazu steht ja auch hier in den optionen ja der ist ja legendär gehört irgendwie zum spiel dazu oder zu der spielwelt tiefenschärfe bewegung schärfe blumen lässt sich ein ausschalten wie man das halt lieber möchte und dann kommen wir auch schon zur umgebungsverdeckung auch hier zur auswahl aus oder halt hier eben die zwei einstellungen wir haben wieder hbao plus mit dabei sind physik basierte umgebungsverdeckungstechnik die direkt von dem video kommt können aber auch amd user verwenden hier bei watchdogs 2 ich empfehle aktiviert das das kostet nicht wahnsinnig viel performance und macht einfach das bild oder die spielwelt einfach realistischer und hübscher kostet irgendwie weiß ich nicht drei vier fünf frames also ist nicht gewaltig klar wenn ihr performance probleme habt solltet ihr das auch deaktivieren aber im normalfall könnt ihr es ruhig aktiviert lassen wenn ihr eine etwas flottere karte hat jetzt kommen wir zu der kantenkleidung kantenkleidung ist ein riesen 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 großes thema bei watchdogs 2 es gibt leider keine perfekte kantenkleidung also alles hat so seine vor- und nachteile ich werde euch das alles jetzt mal kurz demonstrieren und zeigen also fangen wir mal beim ersten punkt an den ich definitiv empfehle zu deaktivieren das ist die temporale filterung das ist eine technik die kennt man auch schon von quantum break macht im prinzip folgendes das berechnet das bild intern mit einer niedrigeren auflösung ja das heißt ich habe zwar wenn ich jetzt hier hohe kantenkleidungs mode einstellung habe wirkt zwar alles ein bisschen schärfer aber gleichzeitig wird eben auch die auflösung verringert also das heißt ich habe weniger kanten flimmern aber auch die auflösung ist nicht ganz perfekt es wird ein bisschen schwammiger also sollte man nicht unbedingt aktivieren außer man hat massive performance probleme wichtig an der stelle sei auch erwähnt ich kann das gar nicht aktivieren weil ich habe hier sli aktiviert ja und temporale filterung funktioniert mit sli nicht und da gibt es dann ja deswegen einstellung ist für sli user nicht so wirklich interessant aber für die leute die jetzt eine grafik hat und nur haben die können es aktivieren wenn ihr wirklich massive performance probleme habt aber ich empfehle es nicht sagen wir es mal so so multi sample anti-aliasing da haben wir da wird schon etwas interessanter da kommen wir gleich darauf zu sprechen kommen wir mal zum post pro sync anti-aliasing also das heißt was im nachhinein gefiltert wird da haben wir eben die einstellung aus und smaa ja wir haben auch fxaa zur auswahl wenn wir hier auf msa gehen beim multisamplei leising ich sage es gleich vorweg fxaa könnt ihr vergessen das ist das ist zwar extrem ressourcenschonend aber da wird kaum was geglättet ja da wird einfach nur alles schön schwammig könnt ihr also weglassen ja also man hat zwar man hat nach wie vor so ein flimmern und trotzdem und auch das bild wird nicht wirklich wird auch ein bisschen schwammig finger davon weg ja also wenn hier wirklich der beste kompromiss ist hier noch smaa ja kann man grundsätzlich aber auch zum beispiel deaktivieren wenn man möchte dann da gehe ich jetzt einfach ich zeige euch einfach mal die vergleiche also wir lassen hier mal msa 2 und fxaa gehen jetzt einfach mal ins spiel rein und da sieht man ja grundsätzlich die vegetation wird etwas geglättet aber man sieht hier gerade so auf die ferne das bild wirkt trotzdem noch sehr unruhig also es ist keine optimale glättung kostet aber auch nicht viel performance läuft hier bei gute 80 fps also auch die bilder pro sekunde und drüber aber man merkt halt eben aus der ferne das bild ist es wirkt halt nicht so wirklich sauber ja also unruhig wie man so schön sagt ja gehen wir jetzt noch mal in die optionen rein einstellungen hier grafik so lassen wir mal fxaa nehmen wir mal smaa es geht übrigens alles schön on the fly smaa so das sieht man auch hier ist die kantenkleidung schon etwas besser als bei fxaa ja das bild wirkt etwas ruhiger aber auch nicht wirklich optimal ja es ist auch nach wie vor leider nur so ein ja mittelmäßiger kompromiss man merkt auch dass hier schon jetzt die performance ordentlich nach runter geht also wir haben hier gute 10 fps schon verloren weil wir eben hier auf smaa gegangen sind aber gerade hier die vegetation wirkt trotzdem etwas ja knackig aber in die ferne merkt man auch schon wieder dass es trotzdem noch immer unruhig ist ja gehen wir jetzt mal raus gehen wir mal her und deaktivieren wir das ganze hier die aktivieren wir mal post processing so jetzt haben wir das hier deaktiviert performance geht wieder nach oben merkt aber trotzdem ja so richtig hundertprozentig ist nicht ja also man merkt dann gerade in so super in die ferne wieder ganz optimal ist die kanten klettung auch nicht ja es wirkt auch immer ein bisschen unruhig gerade die vegetation auch hier die häuser ja es wirkt halt nicht optimal also post processing ist gar nicht so schlecht wenn man sagt die wird aber wenn dann definitiv nicht fxaa so gucken wir uns mal die anderen grafiken also die kanten klettungs feature an modi wir haben hier eben msa ja ich mache mal jetzt geht mal alles aus damit das einfach auch mal sieht das ist halt wenn alles aus ist ja also da wirkt das bild schon extrem unruhig ja also das merkt man eben ja hier in den fenstern das ist nicht mehr wirklich schön also das ist definitiv keine hübsche einstellung sollte man nicht machen so grafik gehen wir mal auf msa 8 ja wir haben noch immer kein post processing aktiviert hier sieht man schon geht schon die performance runter trotzdem wirkt das bild noch immer nicht so richtig ja das ist das große problem es gibt leider nicht die perfekte kanten klettung performance geht schon ordentlich nach unten bei 8 bei msa 8 fachen 55 50 frames reicht noch für ein open world spiel muss man an dieser stelle sagen aber man darf nicht vergessen wir haben doch einen ziemlichen killer rechner hier am start und naja so wirklich optimal ist halt die kanten klettung noch immer nicht so und jetzt kommen wir eben auf die kanten klettung auf txaa txaa das macht aus meiner sicht das bild am aller am aller ruhigsten ja das sieht man hier schon hier gibt es einfach kein geflimmer mehr auch hier bei den fenstern sieht man das sehr gut ja vorher hat man immer noch so ein bisschen unruhiges bild gehabt hier überhaupt nichts mehr wirklich alles schön ruhig aber was sie auch bemerkt haben werde bei txaa das bild wird einen wird unschärfer das heißt man muss tatsächlich jetzt ein kompromiss eingehen was möchte man lieber haben möchte man das bild schärfer haben ja dann greift man eben zu smaa das heißt aber auch gleichzeitig dass man einfach weniger performance hat also dafür liegt man ordentlich an performance und es wirkt zwar schärfer aber es bild ist trotzdem ist es wirkt halt nicht rund ruhig bei txaa da wirkt das bild einfach am ruhigsten aber auch leider verschwommen da helfen da helfen auch leider die post processing antializing technologie nichts also da ist völlig egal ob ich jetzt hier smaa aktiviert oder fxaa das bild wird dadurch nicht viel besser ich kann euch das auch noch mal zeigen wenn ich jetzt hier smaa aktiviere weil wie gesagt fxaa kann man vergessen ja hier kann man übrigens auch nur smaa aktivieren und wenn ich das aktiviert dann wird das bild auch noch ganz 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 minimal etwas schärfer aber man sieht trotzdem es ist halt aus der ferne verschwommen aber dafür hat man halt hier jetzt eine saubere kantengleitung das heißt aus meiner sicht für die beste bildqualität würde ich tatsächlich empfehlen txaa ja dann etwas weniger schärfe in kombination mit smaa bei post processing das ist einfach die beste lösung für watchdogs 2 kostet zwar auch ein bisschen performance aber so ist aus meiner sicht ja einfach das bild am ruhigsten und angenehmsten zum spiel abschließend weil das waren schon alle grafikeinstellungen abschließend sei erwähnt watchdogs 2 lief während unserer testzeit wirklich einwandfrei wir hatten keine abstürze oder irgendwelche gravierenden performance probleme also ist wirklich sehr sauber optimiert klar so ein performance patch wäre natürlich noch eine nette sache von ubisoft ich hoffe da kommt noch ein bisschen war sehr ein bisschen was kann man noch optimieren aber im großen und ganzen ist watchdogs 2 am pc wirklich sehr schöner sauberer open world titel also muss ich jetzt zum beispiel nicht gehen da einen gta 5 verstecken ja es sieht wirklich geil aus also gerade hier die texturen ja wenn man sich das einfach mal anguckt im boden hier der kanaldeckel es ist schon richtig hübsch ja also da kann man wirklich nicht viel meckern das ist ein verdammt hübscher open world titel also watchdogs 2 sauber für pc umgesetzt es hat sich die wartezeit definitiv gelohnt von knapp zwei wochen also gibt es wirklich ja oft ist es ja so dass dann gerade die pc user enttäuscht sind wenn man länger wartet und es ist dann nicht wirklich besser aber hier hat man wirklich eine saubere pc umsetzung bekommen also von mir ein daumen nach oben für watchdogs 2 für die pc version alles richtig gemacht bei ubisoft hoffentlich werden die kommenden titel auch so sauber umgesetzt gerade was auch die multi gpu support betrifft da hoffe ich echt dass da ubisoft noch ein bisschen aufpasst was die engine betrifft und die technik ja dass dann noch ein bisschen was gemacht wird das war es zu watchdogs 2 wenn euch das video gefallen hat freue ich mich natürlich wie immer über einen daumen nach oben ich freue mich ebenfalls über kommentare wenn ihr noch fragen habt zum spiel selbst ja einfach rein in die kommentare ansonsten gibt es dann bei uns auf der seite noch einen schriftlichen testbericht gibt es dann noch benchmarks die könnt ihr euch dann in ruhe anschauen da haben wir dann verschiedene grafik hatten getestet von dem video von amd und ihr könnt euch angucken wie eben das spiel läuft bei den verschiedenen auflösungen das war es wie gesagt von uns bis zum nächsten mal ciao liebe leute